Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Drakes Fortune. Wir haben das letzte Mal die Festung erreicht und versuchen diese jetzt mal zu erklimmen, in der Hoffnung dann endlich Elena zu finden. Hoffen wir das Beste. So. Nicht runtersehen. Naja, bloß nicht runtersehen, Drake. Sonst haben wir beide ein Problem. Ich meine, die Perspektive ist ja schon geil, ne? Da kann man echt nicht meckern. Oh ja. So. Ist das was Schönes für mich? Sieht nicht so aus. Der auch nicht. Ich soll hier durch, alles klar. Na, Musik. Geh mal ab. Okay. Wo wollt ihr mich jetzt haben? Große Fangfrage. Ah. Das sieht alles andere als gut aus. Oh, hier war ich doch schon mal. Hier war ich doch schon mal. Drake. Äh, wo muss ich hin? Ah, der, okay. Sehe es schon. Alles gut. Wir schaffen das, Drake. Wir schaffen das. Schaffst du das? Schaffst du das? Ja, doch. Das solltest du schaffen. Und go! Ich muss durchs Fenster springen. Ach, kriegen wir doch hin. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Das hält mich aus. Ah! Hallo, Freunde! Ich bin's nur. Oh, was haben wir da? Granaten. Cool. Mikro? Hm. Moment. Was war? Hm. Euer Ernst? Euer Ernst? Ich wollte die doch nur mal ausprobieren. Ist doch nicht wahr. Ich glaub's nicht. Ich war einmal gar nicht, wie ich alleine. Und wo schießt mich da jetzt noch einer ab? Oh, ja, großartig. Wo seid ihr? Da bist du. Oh, cool. Nachladen. Genau in dem Moment. Kommt immer gut. Dein Ernst? Alles gut. Ja, du aber auch. So. Aha. Oh nein. Dein Ernst? Ich glaub, ich bin noch mal ganz haarig, wenn ein Sniper kommen. Haha. Ah. Von ihr seh ich den nicht. Oh. Perspektive, please. Na komm her. Er ist da drüben! Er ist da drüben! Er ist da drüben! Er ist da drüben! Ich komme! Ich komme! Das war nicht schlecht. So. Da. Hast du noch was Gutes für mich? Nicht wirklich. Warum hab ich denn jetzt nur vier... Ist das eine andere? Oder warum kann ich jetzt nur 34 Schuss tragen? Hm. Ich frag nicht. Ich frag nicht. Okay, Freunde. Wo seid ihr? Er ist da drüben! Au! Wow! Wow! Weg hier! Oh Gott, ich seh schon das Übel. Meinst du? Oh Kumpel, du bist ja ein bisschen leicht bekleidet. Nein. Alter! Nee, das ist uncool! Ja. Wenn er sich da so bescheuert an die Wand stellt. Ist das ein bisschen uncool. Nimm das! Jetzt prüben wir das Ganze nochmal! Mal! Auf ihn! So. Oh! War nicht mehr aberbezüchtigt, aber cool. Aha. Da ist noch einer. Okay. Okay. Hab dich! Na komm, Kumpel! Da bist du! Okay. 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 Oh, ich seh ich! Oh Gott. Der ist ja... Oh, der ist ein Problem. Okay. Okay. Oh Gott! Heftiges, großes Problem. Jetzt muss erstmal den da oben loswerden. Okay. Okay. Ja. 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 Natürlich. Ich hab grad gesagt, bis dann. Okay. Oh, hier wären noch so viele Fässer noch gewesen. Ich bediene mich denn von den Sachen immer gar nicht. Ich bin das scheinbar immer auf die altmodische Art und weiß. Oh nein. Oh! 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 Huh? Wasn't me! Kumpel, das wollte ich nicht mal. Tut mir leid. Es war nicht gewollt. Ich hatte eigentlich was anderes geplant. Alter Schwede. Sorry. Gott, wo kann ich denn hier alles hin? Keine Spur von ihr. Das kann sehr gut oder sehr schlecht sein. Ja, wie man's nimmt, ne? Helene? Was zum Teufel macht sie da? Hallo? Äh... Bukka Pinto Noor der jetzt das ist jetzt wieder gemacht Oh. Die knallt natürlich richtig rein. Ich zeige, irgendwo habe ich eine Granate. Okay. Leute, das ist so uncool. Es ist ja schon wieder einer in das dämliche Geschütze gegangen. Ich glaube es aber nicht. So. Das habe ich schon mal. Aber weißt du was? Okay. So. Will noch irgendwer? Kann er gerne haben. Oh. Hi. Mein Freund. Mal sagen, warum geht die Musik noch so ab? Alter Schwede. Habt ihr was für mich? Nein. Ich würde gerne meine... Na? Dafür würde ich gerne Muni haben. Habt ihr echt nichts? Wieso Tipp? Ja, ach nee. Ich such da gerade nur noch Muni, aber irgendwie haben die hier alle nichts für mich. Das ist ein bisschen schade. Ist hier noch was? Wo kam dieser Typen her? Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, von irgendwas bin ich getroffen worden. Ähm. Von wo? Aha. Den zu treffen kann ich natürlich knicken. Ja. Großartig. Großartig. Treff ich dich? Ja. Könnte klappen. Okay, sehr gut. Wo? Ah. Alter, ernsthaft? Komm her, Kumpel. Oder hab ich dich? Hm. Scheinbar hab ich ihn. Dabei hab ich das gar nicht wirklich mitbekommen. Moment. War da was? Haha. Goldlöffel. Okay, was haben wir hier noch Schönes? Was habt ihr hier für mich? Oh. Richtig hartes Zeug. Okay, jetzt bin ich hier. Das bringt mir. Bringt mir was? Das bringt mir was? Auf das Fass? Auf welches Fass? Bin ich jetzt blind? Anscheinend. Hä? Auf welches Fass? Auf welches Fass? Oder brauche ich dafür die... Alles klar. Oh, meinst du da? Da war noch Muni. Jetzt nicht mehr? Na gut. Das ist ein viel zu... offenes Schlachtfeld. Ja! Das frage ich mich manchmal auch. Ernsthaft? Okay, den habe ich. Jetzt machen die hier Ärger. Oh Gott, das ist ein Wellen! Nein, Moment. Was ist denn das für mich? Okay. Probieren wir doch mal das. Verdammt. Das ist ein Wellen, Ernst? Wieso? Au! Mir geht's nicht gut. Okay. Ernsthaft? Gar nicht gut. So, jetzt haben wir noch dich hier. Alles cool. Nö. Von wegen. Kommt sie bei mir? Eiskalt runtergesprungen. Zu deinen Dash, Mann. Wo? Oh, hi! Oh Gott. Du musst aber ganz schnell weg. Okay. Ich glaube, ich habe Ruhe. Shotgun ist natürlich auch nicht schlecht. Kann sehr nützlich sein in manchen Lebenslagen. Aber ich bleibe erst noch mal bei dem, was ich jetzt habe. Bin ich eigentlich gerade sehr zufrieden mit. Okay, dann lasst mal sehen. Wo komme ich hier hoch? Achso, das war nur die Mikro. Okay. Nathan, wo willst du hier hoch? Da nicht. Okay. Auch nicht an den Dingern hier? Nee. Nope, nope, nope. Da will der Gute nicht hoch. Alles klar, wo willst du denn hoch? Das habe ich übersehen. Gleich kommt wieder der Tipp, weil ich zu lahmarschig bin. Oh, was war hier? Ah, nur die Mikro. Okay. Okay. Äh. Hier? Hier vielleicht? Aha! Und der Gute hatte sogar noch Muni für mich. Okay. Ja, ach nee! Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass ich da hin muss. so. So. Alles klar, Leute. Und wo das hinführt, sehen wir beim nächsten Mal. Bis dann. Bis dann.